Moin Leute, welcome back to the Flight Deck. Mein Name ist Mendax und ich möchte euch heute ein Programm vorstellen, das es euch erlaubt, eine eigene Schiffs-KI zu erstellen oder mit einem gekauften Sprachpaket Empfehle für z.B. Star Citizen oder Elite Dangerous zu konfigurieren. Ich rede vom Programm VoiceAttack. VoiceAttack ist im Wesentlichen ein Programm, dass es euch erlaubt, einen Sprachbefehl mit einer Tastenbelegung und z.B. einer Sound-Abspielung zu belegen oder über das Windows-Sprachpaket direkt einen Text abzuspielen. Ich zeige euch einmal ein paar Beispiele, wie es ingame verwendet werden könnte. Ich persönlich benutze das Sprachpaket Orion, habe mir aber die Arbeit gemacht, alle Befehle manuell auf Deutsch umzuschreiben. Orion wird von William Shatner, dem ehemaligen Captain Kirk, eingesprochen. So, now I was Captain Kirk. Hallo? Greetings. Awaiting further instructions. Orion? Yes Captain? Abheben. Ascending, retracting modules, handing you the car. Vollgas. Maximum velocity engaged. So. Was wollen wir machen? We could do with an adventure. It's a little too quiet. Perhaps an away mission? Oh, I hope you're not wearing red. The guy who would wear a red shirt in the going, being beamed down. Dead. You knew his career and that show is over. Moby Glass öffnen. Acknowledged. Moby Glass schließen. Acknowledged. Prung Modus. Warp Drive engaging. Lass uns Piraten jagen. As you wish. Prung. Hyperspace Jump engaging. Tessa to random ship. Come in, random ship. Hi. Welcome to the neighborhood. Second class junior cartographer Tessa Bannister reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Which, yes, means I can totally see. Decreasing velocity. Right now. Anyway, there was actually a reason to why I commed. I'm sorta not allowed to leave my post. Important jump point scanning and all. So, I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these coordinates? Scans are saying something's there, but can't idea. Then let's go. Vollgas. Engines full burn. Prung Modus. Warp Drive online. Etwas ruhige Musik bitte. Accessing Music. Prung. Jump. Werenst всx Does. Wer ist von seinem alten Park? Die Vermont Able Skull? Wie ist von der? Der Pass Sal manager! Für andereballs. Was ist der denn? Kann man genau anspeld? Jetzt dannБnen mit der Bank? Erzähl mir etwas. Acknowledged. Wir wollen das Screen hablar hat. Verity, would you mind? As you wish. A lightyear is a unit of distance. It is the distance that light can travel in a year's time, which is 6 trillion miles. Light travels at a velocity of roughly 300,000 kilometers a second. So in one year, it can travel an estimated 10 trillion kilometers. Quite an education. Danke. You're welcome, sir. 4 shields increased. Get out of here! We still can! Gegner. Next hostile selector. Auskoppeln. Light assist off. Einkoppeln. Decoupling cancels. Fight music. Fight music. Einkoppel. $2,000. $2,000. $3,000. $3,000. What's too exciting. Wim è sicura. It's got imprust. No. Stopp! Hold still. All my tunnels have never opened. Next Hostile. Next Friendly. Ich verlasse das Schiff. Ich erkläre euch, wie ihr eigene Befehle ohne Sprachwackig mit Hilfe der Windows-Sprachergänzung gestalten könnt. Sobald ihr das Programm online erstanden habt, es kostet etwa 10€ und es runtergeladen habt, seht ihr das Menü für euch stehen. Hier sieht man auch, dass die Handvoll Befehle, die ich euch vorhin gezeigt habe, nur die Spitze des Eisbergs sind. In meinem Sprachpaket befinden sich momentan 638 Befehle. Oben rechts könnt ihr einen neuen Befehl für euer ausgewähltes Profil anlegen. In der obersten Zeile gebt ihr euren Sprachbefehl ein, zum Beispiel Guten Tag. In dem Fenster unten könnt ihr die folgenden Tätigkeiten des Programms festlegen, wenn ihr den Befehl gegeben habt. Zum Beispiel eine Taste drücken. Oder wenn euch euer VoiceAttack antworten soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter der Sound-Einstellung könnt ihr auswählen, ob VoiceAttack einen bestehenden Sound, zum Beispiel ein Lied oder eine Text- zu Sprachaktionen durchführen soll. Schreiben wir hier zum Beispiel Hi. Das weitere Experimentieren mit allen Funktionen, die VoiceAttack euch bietet, will ich euch aber nicht vorweg nehmen. Ich würde mich über jedes positive Däumchen und jeden netten Kommentar von euch freuen. Ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Video, see you on the fly deck!